So, da sind wir wieder und bereit ins Monscheingrab zu gehen. Da sind wir wohl. Wo muss ich jetzt hin? Da, durchs Tor. Ah, ich war geradeaus durch. Oh, und meine Anwenden hat vorher geprüft. Und ich liebe das Leben. Erstmal wieder ein paar Rollen einschmeißen. Ja. Nachdem man ja gestorben ist. Okay, dann würde ich die Rollen nicht mehr nehmen. Ich glaube, ich fliege gleich raus. Oh, okay. Ja, Verbindung zum Server verloren. So gut, dann einmal wieder rein. Und wieder rausgeflogen. Ja, ich auch. Hm. Okay. Äh, gut, weiter. Gut, nachdem man rausgeflogen ist, kann es jetzt wieder weitergehen. Aber ich muss trotzdem erstmal nochmal einen anderen Schrift drinnen hier. Verwenden. Einspalten. So. Dann bleibe dich bei mir. Mache ich. Das könnte für dich, äh, wirklich enden. Wie so oft. Äh, ja. Stimmt. Äh, ja, dich brauche ich auch nochmal. Bei dir hier sind Stufe 34. Oh, hier brauche ich, hier brauche ich aber tatsächlich was. Echt? Diese Monster gibt es hier auch, ja. Welche denn? Äh, Federmäuse. Ah, sehr gut. Äh, warte. Ja, die sind doch auf deinem Level. Verbindung zum, Verbindung zum Spielserver verloren. Ja, aber ich kann doch noch, ich kann doch noch laufen. Ne, jetzt bist du weg. Äh, wahrscheinlich musst du dich auch einfach nochmal komplett neu einloggen. Okay. Dann machen wir das eben. In der Zeit kann ich ja hier meine Dinger töten. Ist ja jetzt nicht unbedingt für dich wichtig, die Quest, die ich hier gerade mache. Nein, das ist nicht. Aber es, äh, wäre schön, wenn wir jetzt mal nicht rausfliegen. Das stimmt. Setz du mich gleich auch mal wieder ein Kumpel ein. Ja, ich muss nur erstmal überleben. So. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. So, eine noch. Dann war es das theoretisch auch schon wieder. Ja, ich brauche hier ein bisschen mehr. Ich habe hier, glaube ich, 13 Quests habe ich hier. Also das sind schon, ähm, ja, reichlich. Nicht wegen. Nee. Ähm, ich Spinnerbräu noch. Brauche ich ja gefühlt eigentlich alles. Ein Flederbauchschweinchen. Gut, 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 gut. So, kommt her. So. So. Am jeglichsten sind immer noch diese Spinnen. Joa, schön sind sie nicht. Nee. Nicht der Itemshop. Zum Itemshop will ich gerade nicht. Ich habe mir jetzt genug gekauft. Für die nächsten zehn Jahre. Hm? Wobei, nein. Und ob das was wird? Nö. Spätestens nächsten Monat kaufe ich mir wieder was. Ich erinnere mich. Wobei, nächsten Monat muss ich erstmal mein nächstes Bücherregal bestellen. Damit ich, äh, mehr Lagerplatz habe. Okay. Hm. Damit ich meine Sachen hier besser sortieren kann. Endlich mal. Joa, ich finde, dafür ist diese Funktion eigentlich schon mal ganz, nicht ganz unpraktisch mit dem, äh, heißt nichts. Ich, äh, ich rede von einem Regal in echt. Ah. Mhm. Ach so. Ja, ich, ich meine ja nur. Ach so, sorry. Oh, alles gut. Hoppla. Oh, das ist gut. So. Ich bin zum Glück gleich Stufe 34. Kann ich noch irgendwas abgeben hier? Ja. Ja. Okay, ich habe hier noch etwas, was ich nicht brauche. Bilder. Wie sieht die hier denn noch aus, ey? Ähm. So. Das kann ich noch nicht abgeben. Das kann ich abgeben. So, und dann war ich auch schon Stufe 34. So, warte, dann stehe ich mich einmal ganz kurz in einer sicheren Ecke. Dann kann ich hier einmal ganz kurz die neuen Quests annehmen. Ah ja. Äh, weil wegen Quests, die hier vielleicht noch sein könnten. Äh, ruheloser Baum. Ja. Sein Stück annehmen. Ja. Oh Gott. Suchmissung, ich brauche eine Mara. Ja. Okay, jetzt habe ich 15 Quests hier. Äh, ich brauche einmal einen, einen Vichy-Stab. Vichy-Stab. Ähm. Annehmen? Ja. Natürlich. Ja. So, warte, dann kann ich auch in diese Richtung gehen. Weiches Eis, stimmt? Ja. Ist Eis, Eis wie wie. Ja, das sind die, die ich hier gerade platt mache. Ah. Ja, stimmt, werden mir auch angezeigt. Und mal wieder flehen. Flehen, am Mäuse? Ja. Okay. Oh Mann, und? Ach, ich geb dich, aber heute gehst du mir echt. Hier sind deine Eistöcke. Yay. Äh, wo? Was? Das hier. Musst du auch schon mit dem Monster da rüber gehen. Ja, ja, hast recht. So. Auf einmal meine letzte Spine. Ja. Wieder weiches Eisstück. Äh, weiches Eisstück. Mhm. Na, Spinnen bräuchte auch noch eine. Mhm. Haben wir gleich. Ja. Schnell erledigt. Tja. Stimmt. Oh, hier ist mein Fledermaus-Schweinchen. Ja. Hier, Eis wie dies. Ja, Fledermaus ist auch schon erledigt. Ja, hier ist aber mein Fledermaus-Schweinchen. Das brauch ich. Ach so, dann Fledermaus-Schweinchen. Mhm. Ach so, nee, das ist eine Armebrüste. Die brauch ich nicht. Armebrüste sind... Blöder... Blöder Scheißdreck. Äh... Brauchst du eigentlich hier nur irgendwelche Karten von den Spinnen oder so, oder? Äh... Hier ist noch ein weiches Eisstück. Äh... Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube... Wohl erst... Erstmal nicht. Und noch zweimal dann ist... Äh... Ich guck grad hier mal nach. Äh... Nee, bisher zumindest bei den C-Karten nichts. Wollen wir noch den blöden Echsenmann? Äh... Malone brauche ich noch. Irgendeinen komischen Elfenbaum. Gelettritter. Gelettritter. Den Golem brauche ich. Malone brauche ich. Malone. Ocon. Golem. Golem. Geist. Nee. Vorher brauche ich hier gar nichts. Wie mir scheint. Du, was brauchtest du jetzt noch? Einen Eiswebe noch. Okay, einen Eiswebe. Dann können wir uns schon mal in... Wollt, ist das mein Fledermosschweinchen? Nee. Schade. So. Dann... Eiswebe. Einen Eiswebe. Genau. So. Jupp. Somit ist es... Ist alles erledigt. Gut. Dann kann ich einmal... meine weiteren Quests verfolgen. Ja. Wilde da ihm. Hallo, Wilde da ihm. Wönen sie endlich zu treffen? Warum haben sie denn eine so große Nase? Warum hast du so kleine Ohren? Wönen? Wönen wir mal Schweinchen. Es ist eine Rarität. Oh, ja. Wilde da ihm. So, und jetzt würde ich bestimmt den Giftgolem schaffen. Hab noch einen Level mehr. Jetzt würde ich ihn bestimmt schaffen. Auf jeden Fall. Gerne. Ja. So, Wiesle, wir haben die hier 33. Okay. Das kann lustig werden. Brauchst du nun wieder ihren Notar voll. So, die ICV-Lizerns kann ich auch mal rauspacken. Die braucht auch kein Mensch. So, dann kann ich ja jetzt mal packen. Yeah. Na, gucken, Herr Matada. Huch, sag, ich gehe. Achso, nee. Doppelschwerter brauchen wir nicht. Hm? Was war? Nee, alles gut. Achso, ja, ja. War ja nie wiederholbare Quest. Theoretisch könnte ich jetzt wieder Eiswebis gebrauchen. Aber mach erst mal deins hier. Äh, eh, okay. Ja, wir müssen ja sowieso an den ICVs dann später vorbei. So, nicht zu nah den einen ran. Wenn ich nicht weiß, ob ich gegen den Grabwurst schon ankomme. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Oh. Willst du, hab ich nicht aufgepasst, Harry? Nee, nicht schlimm. Ich, äh, kein Fehler. Holy crap. Ich werde gerade so drauf vergessen, nicht auf den Grabwürf da zu treffen. Alles gut. Ich eile. Ja. Versuch nicht zu sterben. Bei den ICVs, an denen du bestimmt gleich vorbeikommen solltest, je nachdem, wo du... Ach Gott, da hinten bist du gerespawned. Oh Gott, bitte stirb nicht. Ja, da gibst du das ein oder andere Monster. Das ist, äh, selbst für mich noch so heavy. Kannst nicht garantieren, aber ich versuch's. Einmal tote Digi reicht. Ja, ich brauch das auch nicht öfter. Wie gesagt, wir sind hier schon ein bisschen, äh, unfreundlicher. Unfreundlich, so könnte man das auch ausdrücken. Ja. Ah, Mist, und ich traufe natürlich auf den Grabwürf. Na gut, aber kann ihn dennoch besiegen. Jetzt müsstest du mich, glaube ich, mal abholen, weil sonst, wenn ich jetzt hier durchlaufe... Da bist du. ...kürte mich das eventuell zerlegen. Ja, ich glaube auch. ...kürte mich das eventuell zerlegen. Wunke mir. Ja. Äh, no. Natürlich lässt du kein Auge liegen. Wäre ja auch zu schön. Da ist wieder ein Fledermosschweinchen. Ein Fledermossferrin. Dann bräuchte ich zum Glück nur noch eins davon. Huch. Huch. Womö öffne ich denn jetzt immer die Vorlesliste? Oh, so gar nicht. Was ist mir? Uh, gut. Ja, der ist für mich auch ein bisschen... ...stark. ...dass ich dir nicht. ...dass ich nicht. ...dass ich nicht. So, was kann ich denn jetzt hier einmal rauswerfen? Eigentlich gar nichts. Wo war noch mal das Charaktermenü? C. C. Danke. Bitte. Immer wieder gerne. Hallo, Herr Zombie-Ritter. Schön, Sie zu sehen. Bitte bringen Sie mich nicht um. Ach, lauf! Sonst bist du gleich wieder Matsche. Zuhören. Ui! Ja, kleinen Scheißerler. Habt ihr wenigstens mit einer eurer Lampen hier liegen lassen? Ja, da. So. Gut, das hat das Inventar jetzt nicht leerer gemacht. Was greift dich denn jetzt an schon wieder? Nee, ich bin vergiftet. Ah, okay, okay. Ähm. Nee, das war das Falsche. Hab ich was dagegen? Ja. Ja. Zum Glück hatte ich was. Das Gute ist, ich steig bald wieder auf. Ah, Inventar ist voll. Kann ich noch irgendwas draus werfen? Ja, Lebens-Generationstränke. Benutze ich eh nicht, vor allem nicht auf dem Level. Okay. Äh. Sind wir da schon wieder einem Viech zu nah gekommen? Ich glaube ja. Mist. Komm mal in meine Richtung, sonst wird das hier nichts. So, jetzt hat er glaube ich dich, oder? Nee, jetzt holst du wieder ab. Okay, noch besser. Gefährliche Gegend. Ja, wenn ich dir helfen soll, musst du aber in meine Richtung kommen. Und ich weglaufen. Das kann ich dir nie treffen. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst. So. Vielleicht bin ich Stufe 35. Dann erfüllt sie ein weiterer Lebenstraum. So, jetzt sollte ich eigentlich aufsteigen. Ja. Was allerdings zum Nachtart, ich habe nochmal Quest in meinem... Oh Gott. Wann soll ich die eigentlich alle machen? Hm. Das wird ja nie was. Aber wenn ich jetzt den Staub, äh, den, den, den Giftgolem da nicht erledige, dann weiß ich auch nicht. Meinst du? Äh, weiß ich nicht. Äh, ich könnte Glück haben. So. Wunderbar. So, dann würde ich aber hier nochmal ganz kurz den Part beenden. Da wir hier ja gerade relativ sicher stehen. Und dann würde ich mir noch einmal ganz kurz was von oben zu trinken holen. Ja. Und dann machen wir gleich nochmal Part, würde ich sagen. Ist gut, dann kann ich nochmal schnell aufs Klöchen auf. Ja. Ja gut, dann bis gleich. Bis gleich. Ja. Ja. Ja.